Patrick Lindner bei Movie Meets Media. Ich grüße Sie erstmal und frage Sie, ergeben sich hier irgendwelche Synergien, irgendwelche schönen Kontakte, woraus sich später auch eine Zusammenarbeit, vielleicht sogar ein Jobengagement entwickelt hat? Ja, durchaus. Also ich muss sagen, es ist immer wieder wahnsinnig interessant. Ich bin heute zum dritten Mal, glaube ich, hier in München mit dabei und es waren immer wieder unglaublich tolle, nette, lustige, interessante Abende. Also auch das, dass man eben ganz tolle Menschen kennenlernt, eben nicht nur aus der Branche, sondern vielleicht auch mal irgendwie aus einem anderen Berufszweig, aus der Wirtschaft oder ja und das gab immer ganz tolle Synergien, sodass ich sagen kann, freue mich auch heute wieder hier zu sein.